Seid ihr bereit für das Abenteuer eures Lebens? Ich begrüße euch herzlich zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 Part 9 Im Todesstern! Todesstern, Gefängnisausbruch. Militärische Gefangene auf unserer geheimen Kampfstation sind entkommen. Sie dürfen nicht fliehen. Ja, wunderschön. Dann, wir halten sie auf. Denn jetzt geht's wieder, denn jetzt geht's, äh was heißt hier wieder, denn jetzt geht's gegen die Rebellen, die Lappen. Oh, ich muss auch noch was treten. Ich hab so ein bisschen Kratzen im Hals. Ähm, ja nehmen wir mal Techniker. Oh, was ist für unterladen? Ja, das muss ich für unterladen. Ja, das muss ich für unterladen. Ja, das muss ich für unterladen. ja, du bist so Amerik . Anbietung. Ach, von da kommen sie ja auch. Ja, das muss ich für unterladen. abhauen also trotzdem schießt versuche ich natürlich nicht zu sterben also was heißt versuche ich natürlich an so wenig getroffen wir werden es möglich ach so unsere Aufgabe ist jetzt übrigens den Kapitel zu verteidigen bis hin mit fast den Kapiteloren also schon willkommen bei Orden 66 schon ausgeführt wenn ich das schwerste Level für euch mitten in die Leute kommt die Dien wir halten hier und schon mal umsetzen wobei die Junge und den Scheiß mit Ränder angreifen Bam. 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 Küssen. Ja, ich versuch, jetzt erstmal dahin zu rennen und dann machen wir das schon. Du bist auf 6 Uhr? Mhm, muss ich schön. Die Gefangenen haben den Waffenkontrollraum aurobert. Die dürfen die Hauptkanone nicht beschädigen. Oh. Sollten wir einen Waffenkontrollraum benutzen? Geh zu. Bam. Du hin, ich hab eilig, die wollen hier meinen Waffenkontrollraum zerstören. Mein Waffenkontrollraum. So, sorry, Jungs. Komm schnell rüber. Und tschüss. Dich Denton. Wie ist ihr Waffenkontrollraum? Das ist das das Waffenkontrollraum. Der Wappenversorgung ist unter. Die Rebellen haben den Handel 85G infiziert und bereiten die Flucht mit einer Fähre vor. Erreichen Sie den Handel und schalten Sie diese Fähre aus, bevor sie abheben kann. Auf, rücksehme Auf, dazwischen. Was? Ich will, dass sie meine Truppen verletzen. Toll. Ihr Arschlöcker. Gut gebrochen. Das mache ich. Das läuft ja auch Zeit. Scheiß weg. Komm, wir kriegen trotzdem. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön, Bitteschön. Bitteschön, Bitteschön. Bitteschön. so gewonnen das war ein erfolgreiches ich freue mich aufs nächste Mal